Konnichiwa Leute und herzlich willkommen auf meinem YouTube Kanal. Wer bin ich? Ich bin der Max, besser bekannt als der Flushy zockt, bin 24 Jahre alt und komme aus einem schönen Örtchen nah an der holländischen Grenze. Früher in meiner Kindheit spielte ich oft Nintendo Games oder Rennspiele. Mit Nintendo verbinde ich besonders auch den Yoshi, den ich in diversen Mario Kart Teilen öfters nehme. Was wirst du hier auf meinem Kanal warten? Gute Frage. Ich habe schon 8 Jahre hier auf dem Buckel und versuche in der Woche Gaming Livestreams wie zum Beispiel Jump'n'Run Games, Rennspiele, Funracer, Just Chatting und gegebenenfalls Videos wie beispielsweise Real Life Challenges, Podcasts und mehr. Also für jeden was dabei. Vor allem nutze ich die Zeit in Livestreams mit Zuschauern bzw. mit der Community Turniere zu zocken und eventuell könnt ihr was in Turnieren gewinnen. Nebenbei mache ich lustige Bestrafungen oder Challenges. Also wenn dein Interesse geweckt ist, würde ich mich sehr freuen, wenn du Teil meiner Community wirst und wünsche dir viel Spaß hier auf meinem Kanal. Ich bin raus, euer Flushy zockt. Matane!